so herzlich willkommen zu unserem einkauf von der unserer bestellung von der feuerwerks vitrine 2016 2017 dieses jahr ist leider nur ein paket geworden aber davon auch viel eingekauft in den läden und es kommt auch noch von touchbüro noch eine bestellung an der gesamtpreis war ungefähr 160 euro vor allem was sehr spannend ist ist dass wir haben so eine bunte hater surprise kiste ist die für 12 euro gekauft und da sind wir schon sehr gespannt was da drin ist ob sich die lohnt für zwölf euro oder ob da nur mist drin ist so andere seite noch und erst mal wie jedes jahr von der feuerwerks vitrine der ganze müll oben drin na und dann dann geht es ja auch schon los haben wir hier einmal pyroart admiral kleinere vögel von pyroart die fliegen richtig gut also wenn jemand vögel haben will dann können wir die nur empfehlen unserer meinung nach die besten dann haben wir hier eine ganze menge von den pyroart moontravelers äh explode von den explode moontravelers geholt das sind die die sollen wohl angeblich baugleich sein mit den alten panda pfeife raketen und die haben wir jetzt als ersatzartikel bekommen weil die panda pfeife sehr schnell ausverkauft waren ich weiß jetzt gar nicht wie viel wir haben zwei vier sechs acht packungen mit je 20 raketen dann haben wir hier eine sehr sehr schöne neuheit von keller die frösche art die sollen richtig richtig schön hüpfen sind wir auch sehr gespannt drauf da haben wir hier eine sehr kleine packung die das premium vulkan sortiment von black box dann geht es hier weiter mit den small chukos aus der sommeraktion für nur 3,50 euro sehr sehr billig dann haben wir hier die kleinen leslie creepers schöne kleine matten mit bienchen dran haben wir hier ein größeres set das shining star von pyroart mit einem vulkan fächer class 1 vulkan noch mal paar vögel und ein paar römischen lichter für nur 5 euro auch in der sommeraktion echt ein schnapper dann haben wir hier unten schon mal zwei packungen mosquitos die sollte jeder kennen klasse artikel davon müssten hier haben wir auch noch ein paar davon müssten wir insgesamt vier stück haben müsste also noch eins auftauchen dann haben wir hier ein sehr sehr dickes sortiment nämlich das giga knall von veco sehr schön sortiert hier mit dreimal fröschen mit kubis drin mit reibern hoffentlich haben die auch noch einen reibkopf nicht wie die aktuellen sehr sehr schön sortiment machen wir hier unten mal weiter mit kobold bombetten für die jüngsten pyromanen muss natürlich auch mit dabei sein und die verschollene packung haben wir hier von leslie diese baby 5 raketen 50er packung oder 100er packung ich weiß es nicht so genau sind auf jeden fall richtig gut dann haben wir hier davon hatten wir eine ve bestellt eigentlich weiß jetzt nicht wo die anderen hin sind die mega knallbox von nico feuerwerk hier mit lauter dicken böllern drin das sieht verdächtig nach dem gratis artikel aus und zwar müssten das von deko sein die dragon star heißen die nein dragon rockets eine hier auch schon ohne köpfchen aber egal geschenkt ist geschenkt und dann haben wir hier noch die jawolo jr2 die dürfen natürlich auch nicht fehlen von jorge haben wir hier noch ein dickes sortiment dickes raketenset das xp12 von pyrath mit mit zwölf dicken kugelkopf raketen und bis zu 90 meter steigröhe ganz sicher nicht und dann kommen wir jetzt hier zu dem spannenden teil das war haben wir hier einmal die hater surprise kiste einmal die lagertour kiste nummer 4 für 30 euro und die lagertour kiste 3 für 25 euro fangen wir einfach mit der lagertour kiste 3 an dafür müssen wir eben noch mal die hater haben so was haben wir hier haben wir hier aktuelle aktuelle fliegenfeuerwerke vom keller ein paar packungen hier noch eine geisterstunde da haben wir ältere feuerkreise von feistl feuerwerk wo wir gerade bei feistl sind davon haben wir auch noch zweimal die dragon banger mini knaller und ältere komet knallfrösche mit die müssen noch mit kualun zu sein sieht man hier gerade nicht dann haben wir hier ebenfalls aktuell kruselfeuer vom keller passen dazu auch noch eine packung pyrowirbel und feuerkreisel dann hier weiter geht es mit einem aktuellen pyrocracker von komet und einem älteren a-böller von keller da haben wir noch etwas ältere aber fast aktuelle reiber nach harzer art von keller feuerwerk noch eine packung feistl pyrocracker dragon banger a-böller von feistl ältere ladycracker von feistl genauso wie noch eine packung pyrocracker dann haben wir hier einen älteren silbervulkan von pietenbrock müsste der sein und einen ebenfalls älteren aber schon made in china vulkan da haben wir feistl feuerrexe dabei ebenfalls plasse 1 dann haben wir hier die weko feuerwirbel und hier noch ein paar mikrofontänen nämlich die mini choco und die 1001 silbertaler ohne standfuß dann haben wir hier noch ein bisschen party popper brauchen wir nicht genauso wie die luft klang aber hier das ist was sehr sehr schönes dicke feistlsonne nämlich die triangel sonne heißt die hier haben wir auch noch eine in der großen verpackung sehr sehr schönes design und der krönende abschluss ist das clowns nummer 2 sortien von komet gut dann geht es weiter mit der lagertour kiste nummer 4 das müssen wir hier mal eben das andere auf die seite schieben gut dann geht es weiter mit der 30 euro kiste lagertour nummer 4 mal gucken ob da ebenso schöne sachen drin sind etwas enttäuschend dass da so viel klasse 1 drin ist steht ja fast ausschließlich aus klasse 1 das ist ein bisschen schade aber hier fangen wir auch an mit ebenfalls dragon banger packet cracker matte haben wir hier ein aktuelles geistertanz von keller beziehungsweise mit dem pinselstrich logo ebenfalls wie auch in dem anderen aktuell pyro cracker von komet dann wieder hier diese drei packungen aktuelles keller klasse 1 feuerwerk blitz und donner von komet die sind echt schön sind blinker in weiß und aber auch in rot sehr sehr schön haben wir ebenfalls einen silber vulkan von piepenbrock der ist noch richtig richtig schwer der ist bestimmt noch richtig gut da haben wir tiger head logo lady cracker von feistl ältere dragon banger packet cracker hier auch nochmal eine packung also insgesamt haben wir davon drei stück dann haben wir hier zwei packungen a böller zwei packungen pyro cracker und eine packung b böller dann haben wir hier ebenfalls wieder die komet frösche und wie auch im letzten set wieder diese drei aktuellen jugend feuerwerks packungen hier von keller wieder eine tausende einen silbertaler und standfuß die auch hier schon sehr sehr zerdrückt ist genauso wie nicht oh sogar zwei minischukos und dann noch hier die aktuellen reibkopf knaller von pürat die aber auch sehr sehr gut sind da haben wir hier noch ältere nachtfalter nämlich von komet feuerweg die sind auch sehr schön aufsteigende klasse 1 artikel die ja auch leider nach 2017 verboten sein werden haben wir hier noch richtig schön dicke würste ziemlich aktuelle keller super 2 und ebenfalls wieder die beiden sonnen und clowns nummer 3 gut dann war es das auch von der von der kiste und dann können wir weitermachen mit dem im prinzip spannendsten päckchen nämlich der surprise kiste wo man ja noch gar nicht weiß was drin ist hat 12 euro gekostet mal gucken ob sich der preis gelohnt hat wir haben hier einmal ein knallbonbon was total kaputt ist haben wir hier einmal eine kaputte packung wunderkerzen ein zweites knallbonbon haben wir hier ein paar tischfontänen die müssten außerdem ach und sogar hier nochmal ein extra sortiment von nico dann haben wir hier ein party knaller der aber hier unten auch schon offen ist der will nicht mehr funktionieren was haben wir da oh k.o schläge von nico ganz interessant an denen ist dass sie 4g NEM Propeller haben das ist sehr sehr viel haben wir hier ähm feuerkreisel wieder von keller wo wir gerade bei keller sind haben wir hier wieder ich glaube das haben die in alle kisten einfach reingetan hier gruselfeuer und feuerkreisel wieder dann haben wir hier oh haben wir hier einen luftheuler von feistel noch das ist natürlich was echt gutes haben wir hier eine vier elemente fontäne von nico ein paar einzelböller sieht nach aktueller ware aus obwohl das hier ist ein bisschen ein bisschen was älteres vorne noch gestopft d böller von nico ebenfalls oh böller pyrocracker nochmal hier unten einfach wo wir gerade einmal bei den cram banger sind einfach noch b böller dann pyropartner so einmal b böller oh und hier haben wir noch mehr das wäre echt krass haben wir noch mehr luftheuler von feistel eine davon hat tatsächlich auch eine zinschnur die anderen nicht haben wir hier noch eine eisfontäne ein klasse 1 sortiment das echt ganz schön halloween party funktioniert haben wir hier einen sehr sehr dicken fox müsste das sein ne kubi wo steht es denn pyroart pyroart ist es haben wir hier noch ein bisschen halloween party artikel brauchen wir auch nicht einen schlüsselanhänger von vb anzündstäbchen also die haben hier irgendwie alles reingepackt habe ich das Gefühl knallteufel sogar zwei packungen ein klasse 1 vulkan von nico ein veco vogel noch eine weitere packung aber das für partner und das highlight ein zauber würfel von veco dann werden wir soweit es geht wird es natürlich mit den kisten schwierig das zu bewerkstelligen aber sofern es denn möglich ist eine übersicht über das ganze erstellen und dann sehen wir uns wieder bis gleich so haben wir nochmal die übersicht und wir müssen mal sagen dass wirklich von der feuerwerke zu trinken dieses jahr eine richtig schwache leistung also ich meine hier zum beispiel das wurde nicht als posten angegeben oder auch hier ist komplett ist komplett hier auf der seite einfach aufgelissen shit alles ist total versifft und so hier auch alles komplett zerknickt in dieser in dieser hater surprise kiste für 12 euro waren größtenteils jugendfeuerwerk klasse 1 also und hier schlüssel anhänger alles mögliche sicher vielleicht keine ahnung 6 7 euro wert das ist aber wirklich das was sie sonst in den müll schmeißen würden hier davon von den knallboxen haben wir eine komplette ve bestellt das ist nur eine packung angekommen das haben wir auch so auf dem lieferschein stehen das die ve ist auch auf dem lieferschein drauf haben wir hier auch komplett auseinander genommen also wir werden uns auf jeden fall überlegen ob wir noch mal jemals bei der folge zu betrieben bestellen weil so geht das wirklich nicht dann wir sind gut